Die Vorschau Nummer 4 Alles klar. Gut, wir sind mit ihm unterwegs. Nach da. Hier haben wir eine Drohne, da haben wir eine Drohne. Machen wir die Runde zu Ende. Naja, das machen wir dann nicht. Welcher Agent hat denn noch keine Mission? Er hat eine. Habe ich irgendwo was verpasst? Nein, ne? Ja, ja. Ah, das bin ich jetzt mehr über... Okay... Habe ich jetzt... Den müssen wir finden. Aber wer ist jetzt die Person, wo ich noch was zuweisen muss? Ach sie. Ne, was anderes. Die kennen wir alle nicht. Hm. Die sind doch alle beschäftigt, oder... Dann vertue ich mich da. Ja, komm, zack. Machen wir trotzdem. Okay. Nichts geändert, nur die anderen besser geworden. 17, 64, 8. Okay. Verstanden. Alla globalen Spannungen, zum Trotz, ist es unser Gegner, Glück nahm, hat er mit dir in der Wissenschaft und die Gemeinschaft zu einer Zornarbe zu bereden. Okay. Ja, glaube ich habe ein Problem. Ein Journalist hat mich zu einigen Experimenten in einer Vergangenheit befragt. Experimenten, die nicht unbedingt ethisch korrekt waren. Ich kann mich kaum noch konzentrieren, weil ich mir solche Sorgen darüber mache, dass dieser Artikel lösen wird. Okay. Jetzt haben wir schon 18 Minuten nach. Susan Harris, was möchte die? Korea ist aus dem Rennen um Sigma ausgeschieden. Die Rückstand im Vergleich zu anderen Nationen hat die aufrechte Haltung der Sigma-Division zu teuer und riskant gemacht. Es ist ein Glück jetzt zu ihrem Sieg über die Südkirnisch gelegen. Womöglich können wir eher Wissenschaftler oder Forschung zu unserem Vorteil nutzen. Nur weiter so, so schlagen sie sich gut. Okay. Naja, nur das Problem ist, dass wir fast am Ende sind. Das ist unser Problem. Das brauchen wir alles nicht jetzt. Ein Tag verbleiben. Ich weiß nicht, was mit der Drohne da was weiter machen können. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ob das so okay war, dass die da rumfliegt oder nicht, ich weiß es nicht. Und er in zwei Tagen. Da sind die Stimmungen natürlich schon schlecht, ne? Ich versuche den zu identifizieren. Ach so, ich muss nicht immer da gleich draufklicken, wenn das da aufpoppt, ne? Machen wir mal so. Machen wir mal so. Wissenschaftler finden. Wahrscheinlich war das letztes Mal irgendwie noch, dass ich den zwar gemacht habe, aber nicht gesehen habe. Gut, dann geht's los. Nix passiert hier. Stand der Dinge. Das war letztes Mal. 10% mehr jeweils. Aber nichts Besonderes. Ah, die Drohnen müssen dann nur stehen, dann ist das schon alles gut. 89% positiv. Gut. Ja, das kennen wir ja schon, die Sprüche. Der Geschehen hat heute Pläne zu bauen. Vorgestanden ist, sich zu beziehen und macht die ganze Welt mit einem hohlfreundlichen und erneuerbaren Energiequilette zu versorgen. Der Weg in eine globale Grüne Zukunft ist bereit, auch wenn das gute Nachrichten für die Menschheit sind. Scheint es, als wäre unsere Nation das Schlusslicht für einen Anschluss an Projekt Solar Network. Es würde, dass unsere Forschungen in der absehbaren Zeit Zukunft erst einmal langsamer vorkommen werden, als sie unsere Kontrahenten. Schlichte Nachrichtendirektor, Indien hat Projekt Hypnos abgeschlossen. Wir werden unser bestes tun, die Ereignisse zurückzuentwickeln, was unsere Forschung beschleunigen dürfte. Aber wir müssen davon ausgehen, dass diese Entdeckung von nun an gegen uns eingesetzt wird. Was hat sie? Wir haben einen Mitglied unserer Wissenschaftler, die uns verloren Kollegen zuvor geschehen. Die Person wird plötzlich über ihre Auffassung geändert zu haben und ist umgehend abgereist. Die Vermutung liegt nahe, dass die Technologie Hypnos eine Rolle gespielt hat. Aha. Ja, das sieht nicht gut aus. Hier sieben. Und... Tja, was machen wir da? Die sind ziemlich stark alarmiert. Unsere Leute sind alle beschäftigt. Die sind aus dem Rennen und ich denke mal, wir sind nahe dran, auch bald aus dem Rennen zu sein. Das heißt, die Reise geht erst einmal weiter, oder? Machen... Achso, wir haben hier noch eine Drohne rumfliegen. Schicken wir ihn nach Japan. Die Drohne ist damit beschäftigt. Ja, das wäre es dann erst einmal, oder? Drohne fliegt weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Sigma Aktivitäten in Indien. Okay. Okay. Die Dämonie war erfolgreich, konnte ich auf Forschungsbereiche investieren und alle daraufhin sammelt. Forschungsbereiche, okay. Ich habe ihre Sigma-Datenbank investiert und ihnen die Details zu müssen und den Russland zukommen lassen. Okay. Direktor, die Mission war erfolgreich. Ich habe alle Informationen, die wir zu dieser Person benötigen. Tamagawa Michtiko. Okay. Hier vorne sind wir weiter. Der ist hier abgehauen, deswegen haben wir da jetzt nichts. Das ist gerade schlecht für uns. Ja, weiter. Wir sind jetzt schon auf dem letzten Platz, weil Großbritannien einen Punkt hat und wir gar keinen. Das heißt, wir sind kurz vorm Abgrund, müssen gucken, dass wir da nicht runterfallen. So, die haben wir untersucht. Dr. Porter. Loyal, dass wir da nicht funktionieren. Das heißt, die kannst du schon zumachen. Die kannst du mal untersuchen. Das macht er. Dann braucht wieder zwei Tage. Kann man weiter identifizieren. Und er. Er reist jetzt mal nach. Russland, USA. Er geht nach Russland. Er weiß, wie lange wir noch haben. Nächste Runde. Wir sind auf dem letzten Platz. Ich habe etwas in der Zielperson gefunden, das womöglich frei sein könnte. Mitsuko Kayashi. Eigenschaftskompetenz. Eigenschaftskompetenz formell. Das sind halt Japaner. Und abgebrochen. Diese Person wurde von einem Feind der Agenda aus Frankreich aus dem Land gebracht. Wir werden unsere Operation in diesem Land fortsetzen. Okay. Hier sind wir gerade mal bei 53, ne? Wow. Das ist schlecht für uns. So. Er ist unterwegs nach Russland. Er ist beschäftigt. Er nicht. Identifizier du den nochmal. Und sie. Soll sie weiter untersuchen. Wann ist sie beschäftigt? Alle sind beschäftigt. Nächste Runde. Wenn wir das noch schaffen. Okay. Neue Agenten. Meine Ermittlungen haben das Leben jetzt nicht mehr so mein Erfolg, als wir uns wünschen können. Ignorant. Kriminelle Kontakte. Okay. Warte mal. Hier unten ist noch mehr, ne? Okay, da mussten wir noch was machen. Das wusste ich gar nicht mehr. Mein Land, trotz Binnen, fühlt gerade eine Militärische Brauze in Römien durch. Es würde unsere Beziehung verbessern, wenn sie uns mit ihrer taktischen Drohnen unterstützen. Okay. Das können wir dann vielleicht machen. Direkt reich, konnte ich mal zum Zielpersonen, sondern wurde abwacht. Entdeckt. Den haben wir schon in den nächsten 10 Minuten gestiegen. 40 Prozent. Okay, das ist nicht so wild. Die Kriminellen Kontakte können uns da helfen. Okay, 65 ist natürlich jetzt da gerade mal besser geworden. Jetzt sind wir raus, oder was? Ja. Direkt, unsere Gegner haben Projekt Switch abgeschlossen. Fügen über eine Richtung, die eine autonome KI näher Drohnen integriert. Unsere eigene Drohnen können die ersten Oper dieser Waffen werden. Okay. 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 Die Überwachung, was ist denn die taktische Drohne? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich schicke die da hin. Ja, da ist sowieso kein Erfolg mit, also können wir auch mal was anderes machen. Okay. So, was macht er hier jetzt? Okay. 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 Komm, da müssen wir erstmal identifizieren weiter. Und wie? Und wie? Und wie? Das ist es nicht. Sie können nur untersuchen, oder was? Wir haben da ja schon was, so ist es nicht. Dann untersuch es halt nochmal. So, wie weit ist er mit Russland? Da ist er okay. In der nächsten Runde wird er ankommen, wenn wir dann noch da in der Rangliste unterwegs sind. Weil da sind wir jetzt letzter. Immer noch. So, ich bin in Moskau eindruckend mit weiterer Befehle. Eine Ermittlung in das Leben ist wie ein Erfolg, als wir uns hätten wünschen können. Mit Sadomasochismus. Sehr schön. Hier stehen wir jetzt mit der Pause, weil 65 Prozent, das ist eigentlich schlecht, aber das ist manchmal halt nicht anders zu machen, hätte ich jetzt gesagt. So, er ist noch beschäftigt. Er auch. Er kann jetzt mal hier. Haben wir hier schon was? Ja. Igor Lavrov. Na, untersucht er doch erstmal. So, und sie. Was macht denn jetzt die Dame hier? No ja, Tugendhaft. Ne, das wollte... Doch, das war schon richtig. Ihn hier wollte ich noch haben. Gut, dann haben wir es. Die sind alle beschäftigt. Läuft. Die Drohne ist noch da unterwegs. Die bleibt da. Nächste Runde. Und rausgeflogen. Noch nicht ganz überfasst. Okay. 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 gut wir haben Zugang zu Wall Street wo ist denn der erste Text jetzt hier wir haben uns und so wohl es geht voran wir haben Giscian unsere Kontaktperson vorgestellte Agent kann jetzt überall auf der Welt auf unser Waffenansatz greifen wir schon bald für die nächste Mission kann man ihn aufnehmen ok ok also wir sind da immer noch letzter die Drohne ist da ich weiß nicht ob das die richtige ist aber spielt erstmal keine Rolle er ist auf dem Rückflug oder wie sehe ich das und er ist da machen wir mal so drei Tage dauert das ok was war mit ihr jetzt hier dann bestechen wir die doch mal alles klar so dann haben wir alles dann können wir weitermachen wir sind immer noch hinten so Direktor den müssen wir erfolgreich haben wir alle Informationen zu diesem Vermögen der Alex Porta ich bin immer schnell eingetroffen und erwarte meine Befehle ok Direktor hier ist der aktuelle Forschung gelaufen Projekte da passiert nichts das ist schlecht er ist beschäftigt sie kann was machen das geht nicht ok machen wir da weiter und dann haben wir noch ihn ok ok naja das machen wir nicht 50% ist das ja die sind alle so viel ne da kommen wir hier rein deutsch beziehungen sind gut machen wir so alle sind durch dann können wir hier weitermachen ok 1. Januar 2030 oder 2030 ok naja Agent Freimalker kann im nächsten Spiel rekrutiert werden alles klar Pörsenseker hat zugestimmt sich unsere Segmentdivision anzuschließen und unten werden arbeiten ok Robotik sind wir ja gar nicht mal so schlecht vielleicht geht es dann da auch mal voran was macht sie hier gar nichts mehr ich brauche Aphrodite für den gesamten morgigen Tag stell bitte keine Fragen sagen wir einfach ich brauche die Spezialität von Aphrodite selbstverständlich du hast dich verändert also sowas ok ich weiße die Gruppe der Holger Zirkel ach dieses ist doof mit dem ohja so wo sind's wir präsentieren gereist und möchten wir nur auf diesem Planitum beabziehen unsere Macht aufzurechtzuhören wir brauchen ihr Hilfe wenn sie uns helfen werden wir uns als zu großzügig erweisen doch wenn sie uns verraten werden wir ihre Wissenschaftsüberzeugung zu großzügigen Arbeitgebern zu wechseln Sie, die Bratische Sigma, die Vision, testet derzeit eine Ehreentdeckung in Nicaragua sind sie einige Tage lang ein Sie haben sieben Tage Zeit um diese Mission abzuschließen wir zählen auf sie, lassen sie uns zusammenarbeiten Industrie-Spionage Nicaragua Überwachungsdrohne ja dann kann die dann da rüber wenn das sowieso hier richtig ist die Kampfdrohne ist es nicht ok gut ich weiß nicht was wir mit ihr machen können aber er kann Locked Island wird von der Sessi-Base untersuchen vielleicht suchen wir identifizieren wir ja erstmal jemanden sie ist außer Gefecht weil wir die Kassandra zugeordnet haben ja weiß nicht was haben wir hier noch Summe in Summe sind wir weiter oder was da fehlt noch was ich weiß nicht wofür es gut ist aber nicht zugewiesen das ist unser Problem aha so da geht es jetzt weiter dann sehr Fachgebiet hätten wir schon eher zuweisen können haben wir wieder gepennt na so ist das aber in dem Spiel halt so was haben wir hier da ist ein Vertrag kriegen wir noch hin aber nicht jetzt ja Runde beenden zwei Tage hier noch warten und dann geht die Drohne rüber oder oh wir haben unseren ersten Punkt geschafft super jetzt sind wir vorher die Ransomware wo den Endrospanel ist der ich belege es ihnen mit ok ok hier geht es mit 70 weiter alles klar so Kassandra weiter super super toll das machen wir das machen wir so haben wir da nur ihn da hinter defizieren wir ein sie ist noch beschäftigt das gibt die 6% ich glaube wir sind erst durch hier noch einen Tag dann sehen wir mal ob da was geschafft ist oder nicht ach wir sind gar nicht Deutschland wir sind Großbritannien äh USA naja so kann man sich vertun wenn man so ein Spiel spielt und man Deutscher ist die britische Militäroperation und Ökonomien beendet ihre Drohnen waren eine große Hilfe meine Regierung ist ihnen zum Denken verpflichtet die Beziehungen zwischen uns und der britischen Regierung haben sich gebessert ok Direktor die Mission war Erfolg habe alle Informationen wir zu dieser Person benötigen Leroy Hamilton hat er nicht für uns schon gearbeitet war der das nicht Direktor wir glauben dass sich eine im Fachbereich Finanzwirtschaft die der Wissenschaftler ok da kommen wir voran plus 9 achso sie steigert das dann auch noch sehr gut nicht nur 6 jetzt 9 gut wir haben 7 Tage Zeit um diese Mission anzuschließen wir glauben an 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 11 11 11 12 11 12 13 14 14 weitergemacht. Den bestechen wir dann noch. Das läuft. Er ist beschäftigt. Sie ist außer Gefecht. Das heißt, wir sind schon wieder durch. Den Agenten habe ich immer noch nicht gefunden. Dann ist das so. Wir sind auf Platz 5. Wir haben schon vier Punkte, okay. Ein bisschen tiefer. Da direkt. Wir haben unseren Nicht-Enehmigen Zugriff. Unser Netzwerk aufholt. Der eine Einleiter. Ich bin sicher, Sie können sich das nächste Mal erklären. Ich wollte sich daran erinnern, dass Ihre Handlungen optimatisch haben, aber das wissen Sie natürlich jetzt. Okay. Ich konnte keine Infos erzielen, aber ich fürchte, ich wurde entdeckt. Die Handlungen aus dem Ziel gestiegen. Okay. 92 haben wir hier. Fünf gab es von da. Das war jetzt nicht so viel. Okay. Das ist ja echt schlecht, was er hier gerade fabriziert, ne? Zack. Was können wir da machen? Also, um wir installieren. Kontaktieren wir mal. Gespräch vereinbaren. Er hat nichts zu tun. Alarmstufe senken ist vielleicht sinnig. Der Agent wird potenzielle 10 Personen. Haben wir da dann noch was? Kommen wir bestechen wir mal. Oder versuchen zumindest. Sie arbeitet schon für uns. Das ist jetzt ist dann erstmal alles wieder. Zack. Nächste Runde. Oh, wir sind auf Platz 3 hoch. Mein Land Japan führt gerade eine medizinische Operation im Rack durch. Es würde unsere Beziehung verbessern, wenn sie mit unsere taktischen Runden unterstützen. Damit hat zugestimmt, sich unsere Segmentdivision anzuschließen. Wenn wir nun anwesend diese Person als doppelgängend für uns arbeiten. Okay. Sehr schön. Das sind wir weiter. Und da sind wir kurz davor. Ich wollte mich fast über ihn melden. Wir sind alle ein wenig besorgt. Ich habe ihre Akte gelesen. Sie sind pragmatisch und schrecken von nichts zurück, um ihr Ziel zu hängen. Aber was sind ihr Ziele, wenn ich fragen darf? Okay. Jetzt haben wir hier oben schon mal wieder was. Gucken wir da nochmal rein. Direkte Bedrohung. Haben wir doch jetzt gemacht, oder? Naja, dann. Ach, da ist noch was. Befunde Gruppen. Ah. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Wir haben einen stationiert in Russland. Ach, das ist weiter hochgerückt. Das ist auch doof, ne? Die beiden haben wir schon infiltriert. Dann identifiziere den nochmal. Und was ist mit E-Mail jetzt? Identifizieren geht nicht. Hm. Weiß ich auch nicht, was wir da machen. Er ist erstmal da sowieso schon eingeklinkt hier und dann heißt es die nächste Runde ziehen. So, wo ist es, wo sind wir? Er hat schon wieder Mist gebaut. Ich bin sicher, sie können sich nicht. Okay, er ist ganz gut drauf. Okay. Oh, das haben wir glaube ich auch gekriegt, oder? Na dann. Stehen wir auf Platz 3. Ach Mann. Wir können ja Entdeckung an die meistbietenden verkaufen. Eigentlich sind sie bereits, um dafür zu zahlen. 100%. Alles klar. Aber das da oben, das gefällt mir nicht so ganz. Aber es ist erstmal halbe halbe. Das geht ja noch, ne? So. Er ist hier der Loser. Der kann ja nichts. Kann er denn mal was identifizieren? Ja, machen wir das doch erstmal. Und sie? Identifizieren wir den mal. So, alles. Ne, eh, da haben wir ja noch ein... Was willst du mit dem machen? Türkei schicken? Geht auch nicht so wirklich, ne? Nach China? Komm, dann geht er wieder nach China. Was anders kann er nicht. In China kann er gut. 6. 16. Hier läuft nichts. Franks ist eine Direktor-Emissioner. Okay. Achso, das war schon letztes Mal. Gut. Was hat sie wieder? Schlechte Nachrichten. China hat jetzt die Ares abgeschlossen. Ne, das kennen wir ja schon. Hat Projekt Fidelis abgeschlossen. Wir werden uns... Haben wir auch schon mal was abgeschlossen? immer nur schlechte Nachrichten. Immer nur schlechte Nachrichten. Okay. 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 Okay, na dann. Aber wir sind auf Platz 3. Naja, geht besser. So, die sind wir auch noch losgeworden. Das ist ganz schlecht, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Er ist unterwegs. Deutschland ist aus dem Rennen. Wir haben nur noch ihn jetzt gerade hier, ne? Dann können wir da untersuchen. Gehen hier. Machen wir mal das. Haben wir wieder alles geschafft, ne? Da unten mit Großbritannien. Der Termin rückt näher. Wir sind erfolgreich. Peter Wusen. Plus 1, plus 6. 29. Na ja, das ist nicht viel, aber es geht voran, ne? Direktor, unsere Berührung. Ah ja, okay. Einige von ihnen können die perfekte Ergänzung für ihr Team sein. Ja klar, machen wir doch. Acht und drei. Die oberste und unterste sind schon mal gleich Person. Und auch sind eine Sitzung besonders tödlich. Ich bin vorgesehen. Haben die Tendenz, überraschend zu sterben. Okay. 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 Besonders gut vernetzt. Ich glaube, wir nehmen diese Person. Nicht zu uns gekommen, oder? Hat ja wieder gut geklappt. So, dann haben wir nur ihn hier. Und kann den dann untersuchen. Wir stechen, überzeugen. Machen wir das doch. Er ist nur unterwegs nach China. Der Rest läuft. Gut, Runde beenden. Ja, und dann würde ich aber auch sagen, sind wir erst wieder soweit. Neuer Agent freigeschauen. Ich bin in Bänning. Eingetroffen, er wird weiter Befehle. Der Prognose in Folhaart hat zugestimmt sich unsere Saison. Ja, natürlich ist ja alles schon. Aha, okay. Und hier vier und vier und 41. Okay, alles klar. Dann geht's ja voran. Ich brauche fünf Menschen, die Bestperson für meine Forschung soll. Ach, zack. Okay. Gut. Der Termin da unten ist kurz davor. Ich sprach davon, dass wir fast durch sind. Gut, ne, er kriegt hier, kann erstmal den untersuchen. Und die anderen haben wir nicht mehr viele, sondern nur ihn und ihn. Und ich sehe nicht bei ihm, ob es grün ist oder nicht. Ich glaube aber schon. Die haben wir schon infiltriert. Was mit dem hier? Untersuchen erstmal. Okay, dann haben wir alles gesetzt. Die Runde ist beendet. Wir machen aber erst hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Ja, ich denke, wir werden hier nochmal nächstes Mal auch eine Runde machen, wenn nichts dazwischen kommt. Und ja, schauen wir mal, ne. Falls ihr Gefallen daran gefunden habt, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Gibt die Glocke eine Chance, dann kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Und Kommentare wie immer herzlich willkommen. Schreibt es rein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.